Herzlich willkommen auf den Gast Stunogaming und heute schwimmen wir wieder wie ihr sehen könnt eine Runde FIFA 23 und ich würde sagen wir fackeln nicht lange und starten auf jeden Fall auch die Partie genau let's go essen nebenbei ein bisschen Salzschlagen also nicht wundern ja weil die sind sehr lecker ne so oh es schneit perfekt erst mal Schnee okay 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 ich spiele übrigens gegen Union Berlin so Batz Junge in se Tor rein Alter was willst du direkt in der sechsten Minute okay okay nice das ist sehr nice mhm hm okay weiter gehts Scheiße ja komm jetzt dürfen die Karton machen ja perfekt Ja, Junge, er hätte auch einfach mal zu mir schießen können. Naja, das war nichts, egal, boah, wie der, habt ihr den Sprung grad von dem gesehen, ey? Erstmal Gehirnerschütterung, boah, in den rein? Bruder, schieß doch zu mir, okay, 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 was zur Hölle war das für ein Schuss? Na? Pff, uh, upsie, ja, es wird ne gelbe, ich hoffe keine rote. Bitte, bitte keine rote. Oh, danke. Wow. Boah, ey. Boah, der ging noch fast rein, aber ich war zu weit weg einfach. Komm her, schieß. Tor. Oh, nee, zwei Tore, Insel, Dingens. Boah. Mhm. Das nenne ich mal wirklich ein geiles Tor. Hä, warum hab ich denn jetzt schon wieder gefoult, Alter? Hab doch gar nicht gefoult, sieh ich mal. So. Boah. 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 Drei Tore, nice. Union Berlin ist es, ne? Ich hab schon wieder vergessen, wer das ist hier. komm halt diese mannschaft let's go nach der halbzeit tue ich auch das spiel weiter spielen ja so komm 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 schießt zu mir ja perfekt ich habe keine ausdauer das ist schlecht man weg weil ich keine ausdauer habe oder was jetzt pfeift dieser kack schien es riecht er auch noch auf also hier steht da polizei oder was war das gerade da stand pol für polo zei ja da war eigentlich polizei sagen ist ja nicht diskriminierend button scheiß ich hatte den fast oder tor 5 zu 0 für fc bayern michein nice 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 wo ich habe den so weggeschallert alter den habe ich auch weggeschallert faul das war ein faul warum pfeift der nicht ja ne abseits da pfeifen aber aber nicht bei dem faul ich habe keine ausdauer mehr tor sage ich da nur bam junge was wollt ihr eigentlich so macht man die tor wenn einfach der einzige der tor macht sechs tor habe ich schon noch chancen ich habe vor das passiert wirklich dass irgendeiner so viele tor schießt man jetzt schießt ja danke sehr oh mein gott ihr schießt zu mir schießen sie doch mal zu mir boah boah er hatte die denn noch gehalten alter rolle jo siehst danke tor sage ich da nur und das ist schon das 7 zu 0 für mich das war ja auch welchen schwierigkeitsgrad das hier drauf ist aber ist ja auch egal ne vielleicht könnten wir es tatsächlich ein bisschen schwieriger machen weil unrealistisch ist das schon 7 tore zu schießen ja schießt am besten gleich zum tor boah hat er ja aber tor 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 für mich für mich das achte tor aber wie viele tor haben wir schon geschossen in einem spiel also was das höchste ist meine ach mist ja ich habe ich wollte nicht schießen von woher woher ich den ausgewickeln bin Ja, ich hab den in die Arme geschossen. Ja, Mann! Sieh! Bam, Junge! Oh yeah, das ist ein Tor! Meine Güte! Ja, wo soll ich denn hinschießen, wenn da keiner kommt? Oh! Doch nicht in den Gegner reinschießen! Wer hat gefault? Hä? Oder ist das Abseits gewesen? So, ich bin wieder da und musste nämlich kurz weg. So. Mann, ey! Ja, ey! Ja, ey! Hier! Hier, schieß! Ja komm, ich lass mich jetzt hier auswechseln. So! Ah! Neun! Ein Tor wurde noch dran gemacht, okay! Oh! Wir haben bald wieder UEFA Champions League! Wie lange geht das eigentlich? Oh, keine Ahnung! Egal! 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 So! 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 Die Aktivität! Gucken wir! So! 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 Untertitelung. BR 2018